Hallo liebe Check-It-Community! Wir sind jetzt bei unserem nächsten Ziel, die Edelsteinen-Krampel. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt hier das Seil mit den Schneidelementen. Liebe Check-It-Freunde, wir sind hier jetzt gerade im Künstleratelier des Edelsteinen-Krampel. Wir können hier ganz viele Schüsseln, Teller, Schalen, auch Lampen und andere kreative Gegenstände betrachten und bestaunen. Hier braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl für solche Edelsteinsplitterarmbänder. Und jetzt werden wir aus diesen Komponenten Edelsteinbäumchen zaubern. Und jetzt werden wir aus diesen Komponenten-Krampel-Krampel-Krampel-Krampel. K Untertitelung des ZDF, 2020